Yo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu meinem 12. Matchhead Talk in dieser Saison zu unserem Heimspiel gegen Holstein Kiel. Der FB-Pokal zweite Runde. Das Spiel wird am 29.10. um 20.45 Uhr in Müngersdorf stattfinden. Und unser 1. FC Köln empfängt eben den Bundesliga-Aufsteiger in der zweiten Runde zu einem sehr, sehr schwierigen Spiel. Gerade in der aktuellen Situation, in der unser 1. FC Köln steckt. Ich habe dennoch trotz allem, wie es bei uns aktuell abgeht, versucht es so gut wie es geht zu analysieren, mir den Gegner anzuschauen. Und werde euch, wie ihr es kennt, in dem Video heute ein paar Statistiken und Fakten nennen. Und eben das entscheidende Personal beim Gegner. Daher, meine Freunde, hoffe ich, dass das Video euch trotzdem gefallen wird. Leinnt euch in jedem Fall zurück. Genießt das Video mit mir. Und wir fangen erstmal mit den Statistiken und Fakten zur Begegnung Köln und Holstein Kiel an. Es ist so, dass der FC und Holstein Kiel bislang im Profifußball erst viermal aufeinander getroffen sind. Hierbei konnte der FC zweimal gewinnen. Es gab einen Unentschieden und einen Sieg eben für Kiel. Zuletzt stand man sich 2021 in der Bundesliga-Relegation gegenüber. Dort konnte Kiel das Hinspiel in Köln mit 1 zu 0 gewinnen. Und der FC konnte dann durch einen überragenden 5 zu 1 Auswärtssieg in Kiel im Rückspiel dann eben die Bundesliga damals dann eben noch festigen. Kiel ist aktuell in der Bundesliga nur mit zwei Punkten auf einem Abstiegsplatz. Also man konnte zweimal unentschieden spielen und hat sechsmal verloren aus acht Spielen. Man konnte lediglich in der ersten Pokal-Hauptrunde 3 zu 2 auswärts bei Alemannia Aachen gewinnen. Das ist der einzige Saisonsieg, den Holstein Kiel bisher in dieser Saison geholt hat. Der FC gewann allerdings auch nur eins der letzten sechs Pflichtspiele und kassierte alleine in den letzten beiden Pflichtspielen satte sieben Gegentore. Holstein Kiel hat allerdings mit 23 Gegentoren in der Bundesliga die schlechteste Defensive der Liga, also auch die Kieler Defensiv, sehr, sehr anfällig. Und es ist noch eine allgemeine Statistik, um das Ganze hier abzurunden, vorhanden. Holstein Kiel setzte sich in 11 von 13 Fällen gegen unterklassige Gegner durch und der FC schied in 8 von 12 Fällen gegen höherklassige Teams aus. Ich glaube, dass das auch so eine Statistik ist, die man hier mal nennen kann und mit der man das Ganze in jedem Fall abrunden kann. Man kann sagen, bei beiden Teams läuft es auf jeden Fall alles andere als gut, kann man in jedem Fall so sagen. Wobei bei Kiel als Bundesliga-Aufsteiger das Ganze schon so ein bisschen zu erwarten war, dass es da extrem schwierig wird. Dennoch haben die Kieler ein paar Leute, die man sich mal genau anschauen kann und dadurch gehen wir jetzt direkt zum Player to Watch. Und Player to Watch ist für mich ganz klar Shuto Mashino. Der 25-jährige Japaner wechselte im Sommer aus seiner Heimat Japan zum Bundesliga-Aufsteiger. Er zielte bislang vier Saisontore in der Bundesliga und ein Tor im DFB-Pokal. Damit ist er Kiels bester Torschütze. Er ist mit 1,85 Meter relativ groß gewachsen, eben für einen Asiaten. Und er bringt von seinen Fähigkeiten her von jedem etwas mit. Also er ist ein technischer Neuner, einer der versucht es spielerisch zu lösen, der aber auch eine ordentliche Größe und auch eine vernünftige bis gute Physis mitbringt. Also ich würde behaupten, für Holstein Kiel auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Griff. Sieht man auch mal wieder, dass die allermeisten deutschen Klubs es immer wieder schaffen, gute Asiaten an den Start zu bringen. Da hat Kiel auf jeden Fall einmal mehr ein gutes Auge bewiesen. Und daran sieht man auch, wie wichtig Scouting dann eben ist, wenn du nicht diese finanziellen Möglichkeiten hast, eben wie andere Klubs. Also Maschino, sehr, sehr interessanter Spieler, der für mich alle Anlagen mitbringt, um immer für ein Tor gut zu sein. Daher für mich hier der Player to Watch. Vom Player to Watch springen wir rüber zum Trainer. Und Trainer ist seit dem 4. Oktober 2021 Marcel Rapp. Der 45-Jährige trainierte zuerst sämtliche Jugendteams von 1899 Hoffenheim, übernahm dann Kiel und entwickelte den Klub stetig weiter. Im vergangenen Sommer ging es dann überraschend in die Bundesliga. Ich denke, das hat Kiel gerade vor der Saison nahezu niemandem zugetraut. Jetzt ist man aktuell natürlich Abstiegskandidat Nummer 1 und wartet weiterhin auf den ersten Sieg. Aber ich denke, mit diesem Verein mal in der Bundesliga zu spielen, ist in jedem Fall eine riesige Nummer. Und das muss man den Kielern da auf jeden Fall groß anrechnen. Wenn wir uns jetzt rein uns mal Rapp anschauen, dann ist es so, dass er taktisch immer versucht zu variieren. Er hat in dieser Saison schon sämtliche Systeme versucht. In den allermeisten Fällen ist es eine 3er-5er-Kette, wobei er vereinzelt auch beispielsweise gegen Bayern 4-3-3 gespielt hat oder halt eben auch mal in einem 4-4-2 gespielt hat. Also er versucht sich immer so ein bisschen an den Gegner anzupassen. Ich gehe aber stark davon aus, dass er jetzt in Köln auch wieder mit einer 3er-Kette spielt und dann eben auch mit einer Doppelspitze wahrscheinlich, weil ich schon glaube, dass er versuchen wird, den FC unter Druck zu setzen. Und ganz ehrlich, das ist auch genau das, was du jetzt gegen so eine verunsicherte Mannschaft tun solltest. Ich glaube, dass für Kiel ein Erfolg jetzt in Köln schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen vielleicht auch für die Liga geben kann. Daher ist dieses Spiel für Marcel Rapp persönlich, aber eben auch für den gesamten Verein Kiel in jedem Fall vielleicht ein Game-Changer-Spiel, um mal ein bisschen positiven Lauf vielleicht auch mal raushauen zu können, mal für 2-3 Wochen. Von daher Marcel Rapp, interessanter junger Coach, der viele, viele Jugenderfolge vorweisen konnte mit Hoffenheim und der halt eben jetzt mit Holstein Kiel die schwere Aufgabe Bundesliga angeht. Nun geht es rüber zu den Ausfällen. Wir fangen mit dem FC an, ist schnell erzählt. Es ist Jakob Christensen und Luca Kilian, die ja weiterhin langzeitmäßig ausfallen. Damien Downs wird man dann sehen. Ich hoffe und denke aber, dass es mit seiner Erkältung hoffentlich dann wieder gut ist, dass er zumindest von der Bank kommen kann. Ja, und bei Holstein Kiel ist es Colin Kleinebekel, der eine Kreuzbandverletzung hat. Dann gibt es noch ein paar Spiele, die aufgrund von Blessuren fraglich sind. Dass es Louis Holpli, der Rückenbeschwerden hatte, Andu Kelati mit Knieproblemen und Alexander Bernhardsson mit muskulären Problemen. Da wird man sehen, wer von denen dann auch wirklich auflaufen kann. Das wären aber in jedem Fall zum aktuellen Stand jetzt am Sonntag, wo ich das Video bereits aufnehme, die Ausfälle, schrägstrich vermeintlichen Ausfälle eben von beiden Klubs. Und nun gehen wir rüber zur Mannschaftsaufstellung vom 1. FC Köln. Und ich muss sagen, ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das Team ins Rennen schicken würde. Ich glaube aber nicht, dass Gerhard Struber da wirklich so viel verändert. Aber ich glaube, dass das, was ich jetzt sage, mal der Mannschaft signalisieren sollte, dass nicht immer nur die gleichen spielen. Ich habe in jedem Fall im Tor Jonas Urbeck natürlich aufgestellt. Rasmus Carstensen ist mein Rechtsverteidiger. Timo Hübers, Julian Pauli weiterhin die Innenverteidigung. Lea Pakarada auf der Linksverteidigerposition. Martel und Hussein Basic bilden weiterhin die Zentrale. Linden Meiner ist jetzt bei mir auf der rechten Seite, weil ich auf der linken Seite wirklich mal Max Finkrewe jetzt mal das Vertrauen geben würde. Den könnte man ja auch zur Halbzeit oder nach 60 Minuten dann auch wieder runternehmen. Aber ich glaube, dass man jetzt aufgrund dieser aktuellen Krise da einfach mal ein bisschen probieren muss. Damien Downs und Tim Lemperle sind dann eben der Sturm, wenn Damien dann hoffentlich fit ist. Und wenn nicht, dann wird halt wahrscheinlich wieder Luca Walsch mit neben Tim Lemperle spielen. Das wäre jetzt so meine Veränderung. Ich würde also Finkrewe und Carstensen mal einfach in den Ring werfen und bin abschließend gespannt. Wie ihr das Ganze seht, das wäre meine Formation für unser Pokalspiel gegen Holstein Kiel. Und von der Aufstellung gehen wir jetzt abschließend zum Fazit. Und ich hatte es ja schon in meiner Reaction auf das Paderborn-Spiel gesagt. Für mich ist alles andere als eine Niederlage hier eine Überraschung. Und das hat auch nichts mit Kopf in den Sand stecken zu tun oder nur meckern. Das ist einfach nur nüchtern betrachtet meine Meinung. So wie es jetzt seit ein paar Wochen beim FC läuft, geht es einfach nicht. Natürlich läuft es bei Kiel auch nicht gerade gut. Aber bei Kiel war das so zu erwarten, dass sie eine schwere Saison haben. Bei uns hat man alles dafür getan und alle sämtlichen Leistungsträger gehalten, um eine gute Saison zu spielen. Und das funktioniert halt aktuell bisher überhaupt gar nicht. Ich glaube auch, dass Christian Keller und auch sein installierter Trainer, nämlich Gerhard Struber, nicht mehr die Richtigen sind, ohne das jetzt hier geisteskrank ausführen zu wollen. Aber ich glaube, da kann sich jeder so ein bisschen selber sein Bild von machen. Wer sich mit dem Verein auch wirklich beschäftigt. Und daher kann ich mir nicht vorstellen, dass unser FC in das 8. Finale einzielt und Kiel hier besiegt. Daher ist mein persönlicher Tipp eben 3 zu 1 für Holstein Kiel. Das Ganze auch nach 90 Minuten. Ich glaube nicht, dass es hier ein knappes Spiel oder eine Verlängerung gibt. Das wäre in jedem Fall aber mein Tipp, meine kurze Zusammenfassung. Ich habe es heute mal versucht, ein bisschen kürzer zu halten, weil so wie es aktuell läuft, gibt es eigentlich nicht so mega viel zu sagen. Ich bin sehr gespannt, wie ihr den Gegner Kiel seht. Was ist euer Tipp? Wie würdet ihr aufstellen? Würdet ihr vielleicht auch noch mal ganz andere Spieler in die Startelf tun? Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Lasst mir wie immer sehr gerne unten in den Kommentaren da. Und dann würde ich mich wie immer neben euren Meinungen über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache wieder. Euer Fabius raus. Haut da rein. Und ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.